Etwas ist faul im Staat der Amazonien. Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmbaustein-TV-Studio. Und heute möchte ich euch mal an den unsagbaren Freuden des Daseins als Amazon-Händler teilhaben lassen. Ja, alle wisst ja, dass der Klemmbaustein-Markt ein durchaus, ich sage mal, wildwestmäßig umkämpftes Marktfeld ist, bei dem verschiedenste Anbieter hier Sachen bei Amazon anbieten. Und auch da kollidieren dann Rechtsansprüche mal sehr schnell miteinander. Viele von euch sagen ja immer, warum verklagt denn Lego nicht mal Amazon? Ich kann euch sagen, warum brauchen sie gar nicht. Es ist halt so, dass wenn jetzt zum Beispiel Lego als Rechteinhaber ein Angebot bei Amazon entdeckt, können die das halt Amazon melden und Amazon schreibt dann den Händler an und sagt, ah, jetzt müsst ihr aber erstmal beweisen, dass ihr das hier dürft und deswegen sperren wir euch das jetzt erstmal. Problem ist, Amazon ist dabei wirklich unfassbar schlampig in vielen Fällen. Also zum Beispiel haben sie uns jetzt das Tiny House von Kiddycraft bei Amazon gesperrt, aufgrund von Urheberrechtsansprüchen, die wir angeblich damit verletzen. Sie führen allerdings nicht auf, was für Urheberrechte dies sein sollen. Und sie sagen nur, dass wir Lego-Urheberrechte damit verletzen. Und jetzt habe ich mit meinem Anwalt darüber gesprochen und er sagt, ja, Amazon wird nicht von alleine tätig. Da muss jemand uns angeschwärzt haben, sodass dieser Artikel halt erstmal runtergenommen worden ist. Jetzt haben wir da mehrere Punkte, die ein bisschen schräg sind. Und zwar Punkt 1. Sie müssten uns eigentlich mitteilen, bevor sie das Ganze deaktivieren, es entsteht da ja durchaus dann auch ein Schaden durch, dass man es dann nicht mehr verkaufen kann, müssen sie uns darüber informieren, was uns vorgeworfen wird und wir müssen dazu Stellung beziehen können. Nun wird uns in diesem Schreiben aber nicht erklärt, was wir falsch gemacht haben. Ich kann da mal gerade so ein bisschen rauszitieren. Und zwar, wir haben ihr Angebot entfernt, dass sie möglicherweise die Urheberrechte von Lego zu diesem Zweck ohne ausdrückliche Genehmigung des Rechteinhabers für Rechte an geistigem Eigentum missbräuchlich verwendet haben. Erstmal ist das ein Satz, bei dem klappen sich mir die Fußnägel hoch, aber nur gut. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie das Recht haben, diese Urheberrechte zu nutzen und das entfernte Angebot die Urheberrechte von Lego nicht verletzt, legen Sie uns Nachweise wie eine Vollmacht- oder eine Lizenzvereinbarung vor. Seriously? Ich muss jetzt quasi beweisen, dass ich keine Urheberrechte verletze, wobei ich aber gar nicht weiß, welche Urheberrechte ich angeblich verletzt haben soll. Und ich bin mir bei Kiddycraft KC 1202, also bei dem Tiny House, wirklich absolut sicher, dass wir keinerlei Rechte da verletzen, weil vor allem keine Urheberrechte. Was für ein Urheberrecht sollte denn da bitteschön verletzt sein? Lassen die sich aber halt auch hier nicht drüber aus. Und das ist falsch. Also nach der... Es gibt eine Verordnung da, eine europäische Verordnung, wo die halt eigentlich ganz klar darlegen müssen, wo die Rechteverletzung raus besteht. Tun sie aber nicht. Und sie sagen halt hier, dass es Legos-Rechte sind. Jetzt hat mein Anwalt ja gesagt, dass dann eigentlich Lego hätte da sich wohl melden müssen, um halt hier diesen Vorgang anzustoßen. Erstmal haben wir natürlich jetzt mit einem anwaltlichen Schreiben darauf geantwortet. Ist jetzt auch am Laufen das Ganze. Gehe ich jetzt gar nicht mehr weiter darauf ein. Spannend ist allerdings, es muss gar nicht wirklich Lego gewesen sein. Es könnte auch irgendjemand anders gewesen sein, der sich als Lego ausgibt. Und warum ich diesen vielleicht doch ein wenig Aluhut geschwängerten Gedanken habe, werde ich euch jetzt mal anhand eines anderen Beispiels darlegen. Und zwar haben uns Amazon ebenfalls geknipst ein Angebot von einem Moldking-Centro, was wir schon eine ganze Zeit drin hatten. Und da hat sich jetzt angeblich der Rechteinhaber der Marke Moldking bei denen gemeldet und gesagt, dass wir bösartig wären. Ja, 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 also wirklich, in der Tat, auch hier zitiere ich gerne mal wer. Wir haben einige ihrer Angebote, eins, entfernt, weil ein Rechteinhaber gemeldet hat, dass dieser Artikel möglicherweise seine Markenrechte verletzt. Die Mitteilung des Rechteinhabers über die mutmaßliche Verletzung, die von uns entfernten Angebote, sind am Ende der Nachricht angegeben. Und dann soll ich halt wieder Beweise beibringen, dass ich diese Rechte nicht verletze. Was ein bisschen schwierig ist, ne? Also es ist so, wir haben das in China bestellt, wir haben es importiert, wir haben es verzollt. Wir verkaufen das noch schon eine ganze Zeit da. Und die Markenrechte des Markenrechtsinhabers sind eigentlich erschöpft in dem Moment, wo das alles schon passiert ist. Das heißt also, wir können das jetzt hier frei verkaufen. Da können die eigentlich gar nichts mehr gegen machen. So, dann haben wir aber wieder hier so, dass wir quasi Beweise beibringen sollen. Ja, super coole Sache. Und dann geht es hier um den eigentlichen Verletzungsakt. Und zwar ist das die Art der Rechteverletzung Marke. Die verletzte Marke ist die 018203439. Ich habe es hier zufällig neben mir liegen. Den Ausdruck vom Euipo über TM View. Da kann man sich alles ganz genau angucken. Und ja, in der Tat ist es diese Marke und das ist die Marke Moldking, die Bildmarke Moldking in der Tat, die hier angesprochen wird. Also das Wort Moldking ist erstmal schon mal gar nicht zur Debatte stehend hier. Es geht hier um eine Wortbildmarke. Das heißt, um die Nutzung dieses Marken-Symbols hier. Das ist das, was mit dem eingetragen und geschützt ist, was hier angeführt wird. So, und nun schreibt der angebliche Rechteinhaber, der nämlich nicht mit dem hier übereinstimmt, der eingetragen ist beim Euipo. Beim Euipo ist nämlich eingetragen die Firma, ach, jetzt kommt mein tolles Chinesisch wieder, Wangdong Chuching Technology Industrial Corporate Limited aus Shanghai Shantou. So, und die E-Mail-Adresse, unter der das Ganze hier, der Händler da bei Amazon das Ganze eingereicht hat, oder der Rechteinhaber der Ominöse, ist Sina.com. Sina ist eigentlich ein Nachrichtenportal in China. Und wenn man dieses .com eingibt, kommt man auf eine Fake-Seite, die vorgibt, diese Nachrichtenseite zu sein. Normalerweise ist es Sina.cn oder Sina, eine Hongkonger Adresse dahinter. Das sind die Originalseiten. Sina.com ist eine Fake-Seite, die aber hier munter genutzt wird mit einer ganz wilden Adresse, um hier Rechte zu claimen. Ja, und das Beste ist aber, was die hier schreiben. Ich bin der rechtmäßige Urheberrecht- oder Copyright-Besitzer dieser Produkte, um die es hier geht. Und ich beantrage hiermit eine Beschwerde über bösartige Drittparty-Verkäufer. Das Produkt ist ein Originalartikel, der unter der Autorisation unserer Company hergestellt worden ist. However, I have observed that the seller in question, also wir, der hier infrage stehende Verkäufer, has been conducted sales within the European Economic Era. Das ist richtig, wir verkaufen in Europa. Without the consent of our company. Ja, aber wer bist denn du überhaupt, du Vogel? We have not authorized any other entity to sell our products in this region, hence I suspect this to be a case of trademark infringement. Er sagt hier, also wir in unserer Herrlichkeit haben nämlich keinem anderen erlaubt, in der EU Moldking zu verkaufen. Von daher gehen wir hier von einem Markenvergehen aus, einer Markenverletzung aus. Ja, und dann gehen sie auch darauf ein, was für strikte Kontrollstandards sie haben und dass sie einen robust After-Sales-Service und Support für ihre Produkte anbieten und den wir natürlich dann nicht bieten könnten und deswegen wäre das dann schlecht für ihre Reputation. Und dann kommen wir dann halt hinterher hierzu, dass das Ganze your size sincerely, ohne irgendeinen Namen und die Adresse, unter der das Ganze abgeschickt wurde, ist dann halt dieses sina.com, die es eigentlich gar nicht gäbe. Also J-Y-S-D-Y-M und dann noch ein paar wilde Buchstaben hintereinander, at sina.com. Wir haben nachgefragt bei Moldking, nichts mit Moldking zu tun haben, Moldking kennen die nicht. Moldking hat kein Problem damit, dass europäische Händler Moldking bei Amazon verkaufen. Moldking hat keinerlei irgendwelche Beschwerden bei Amazon eingereicht, nichts dergleichen. Das heißt, es ist hier eine Betrügerfirma, die sich als Moldking ausgibt, auf die Original-Markeneintragung der Bildmarke von Moldking verweist und daraufhin Produkte bei Amazon sperren lässt. Und das kann natürlich auch bei Kidi-Kraft passiert sein. Es kann aber durchaus sein, dass irgendjemand anders gesagt hat, also wir sind hier von Lego und wir sehen hier unsere Rechte verletzt. Es ist ja gar nicht so schwierig, eine E-Mail-Adresse zu faken. Also, dass da auf einmal steht, keine Ahnung, lawapartment.lego.dk oder sowas. Ist nicht wirklich schwer. Und scheinbar sind hier die Leute bei Amazon nicht in der Lage, da eine vernünftige Prüfung in die Wege zu leiten, ob die Ansprüche denn auch wirklich legitim sind und ob derjenige, der hier behauptet, der Markeninhaber zu sein und Rechteinhaber zu sein, auch wirklich der Rechteinhaber ist. Und dann werden dann die Käufer einfach dann quasi ins kalte Wasser geschubt. Die Frage ist natürlich, wem nutzt es? Das ist ja immer die klassische Frage dabei. Und ich vermute mal einfach, dass hier andere Händler am Markt dabei sind, wie auch anderen Händlern das Leben schwer zu machen. Also, ich weiß zum Beispiel von einem Fall von Lone Star, von Bausteinreich aus Berlin. Da ist ein Artikel gekapert worden. Er hat das eingestellt, hat da den Artikel angelegt und alles. Auf der Verpackung steht sein Markenname drauf. Da steht sein Importeurskennung drauf auf der Verpackung und alles. Und auf einmal kriegte er von Amazon ein Complain. Und der Artikel war halt für ihn gesperrt zum Verkauf, weil er gar nicht die Markenrechte für Lone Star haben würde. Ja, und auch, also, ne? Da stand auf einmal auch nicht mehr Lone Star als Verkäufer drin, sondern irgendeine chinesische Firma, die sein Produkt gehijackt hatte. Und Amazon ihm jetzt quasi das Produkt geknipst hat. Das Produkt ist immer noch nicht wieder online. Es ging um Schienen von Lego, also Lego, die aussehen wie die von Lego. Also, die, wir kennen sie alle. Wir hatten sie damals von Kasi, jetzt von einem anderen Hersteller da. Und verkauft die da in so großen 30er-Packs und ist geknipst worden. Die sind übrigens auch schon von Lego angegriffen worden. Vielleicht war es wirklich Lego, wir wissen es nicht. Nach diesem Ganzen hier. Wegen Urheberrecht. Auch hier wieder ominöses Urheberrecht. Wird immer gerne herangezogen, Urheberrecht. Urheberrecht, weil bei einer Marke, da kann man ja dann wenigstens noch sagen, hier, die ist da und da eingetragen. Bei einem Design kann man sagen, die ist da und da eingetragen. Urheberrecht ist ja ein nicht eingetragenes Schutzrecht. Und das kann man ja einfach erstmal behaupten. Das macht es natürlich noch leichter, das Ganze zu missbrauchen. Weil, wenn ich sage, ich habe da ein Urheberrecht drauf, dann prüft Amazon nicht, hast du das wirklich? Sondern die sagen dir, beweis mir, dass du das Urheberrecht nicht verletzt. Wo ich dann sage, ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Was soll denn hier ein Urheberrecht verletzen von meinem Produkt? Und es kann so weit führen, dass einem der komplette Account bei Amazon geknipst wird als Händler. Und das kann für einen Händler, der Amazon als Hauptvertriebsweg hat, eine Katastrophe bedeuten. Dass er dann quasi pleite geht, dass er insolvent wird, dass er auf seiner Ware sitzen bleibt, Rechnung nicht bezahlen kann. Es ist wirklich unfassbar, was da abgeht. Also von wegen, das geht doch nur um Spielzeug. Das ist ein wirklich richtiger Boxbudenbereich da. Da geht es um nicht um Tausend, nicht um Zehntausende. Da geht es um Millionen und Milliarden. Ich meine, Lego hat einen Jahresumsatz weit im mehrfachen Milliardenbereich. Da brauchen wir uns alle keine Illusionen hingeben. Da geht es nicht um Spielzeug. Da geht es einfach nur um die Kohle. Und da wird mit wirklich harten Bandagen gekämpft. Und viele tummeln sich da, die wirklich mit unfairen Mitteln kämpfen. Und da will ich Lego gar nicht mal wirklich mit meinen. Weil Lego habe ich bis jetzt als hart, aber fair kennengelernt. Ja, klar, die gehen die Händler an und nicht die Hersteller. Und ja, klar, die suchen sich natürlich die schwächeren Gegner raus. Das kann man als unfair empfinden. Ja, ich empfinde es auch ein Stück weit als unfair. Ich kann es allerdings aus prozess-taktischer und technischer Natur heraus verstehen, dass wir so vorgehen. Aber jetzt sind wir auch mal mit einer Situation konfrontiert, wo wir gar nicht wissen, von wem wir angegriffen werden. Ob es wirklich Lego ist, ob es wirklich Mold King ist. Oder ob es irgendwelche Leute sind, die aus dem Hintergrund mit Störfeuer arbeiten. Also mich würde mal interessieren, ob es wirklich sogar möglich ist. Und es ist halt illegal, deswegen werde ich es nicht probieren. Ob man einfach behauptet, man hätte ein Recht und greift irgendwas an. Und guckt, was passiert. Weil das scheint hier so löcherlich zu sein, dieses ganze Rechte-Management-Konzept hier bei Amazon. Das ist unfassbar. Das übrigens erklärt dann auch, warum so viel Plür bei Amazon in den Verkaufsrängen drin steht. Und es ist halt schon alles schräg. Aber ich wollte euch da einfach mal so dran teilhaben lassen. Was es da alles gibt, habe ich schon gesagt. Also, Kini-Kraft ist gesperrt worden bei Amazon aufgrund eines Verstoßes, der uns nicht genannt wird, den ich auch nicht sehe, der auch gar nicht da ist und ich mir gar nicht sicher bin, ob es wirklich der rechte Inhaber war, der vielleicht überhaupt gar keine Rechte hat, der uns angegriffen hat. Und wir sollen beweisen, dass es nicht so ist. Zusammengefasst. Das ist geil, oder? Also, ich wollte euch das einfach mal so mitteilen, mit was man sich da für einem Blödchen rumschlagen muss. Und ich weiß, dass es Händler gibt, die dann einfach entnervt aufgeben und sagen, dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Und irgendwelche anderen Leute sind die lachenden dritten, vierten, fünften. Und ja. Also, ich weiß auch zum Beispiel von einem Fall, wo auf der Verkaufsplattform von Rewe, glaube ich, war es, Sachen aufgrund von Schutzrechten aus Amerika geknipst worden sind. Für Sachen, die in einem Verkauf hier in Deutschland laufen. Wahrscheinlich ist der Server dann in Amerika oder so. Also, da draußen im Internet ist wirklich Wild West unterwegs und die ganzen großen Plattformen, die sind alle völlig überfordert mit dem, was da draußen passiert. Und deswegen läuft da so viel schief. Und Lego selber, glaube ich, freut sich einfach, dass eine extreme Rechtsunsicherheit da ist, die viele Leute davon abhält, was zu machen. Und die Leute, die dann aus China direkt hier über Amazon verkaufen, ich glaube, das sind immer nur so Eintagsblümchen. Wobei ich gehört habe, dass es erheblich schwerer werden soll, mittlerweile solche Amazon-Shops aus China heraus zu eröffnen. Und auch dieses Liefern aus den Warenhäusern hier in Europa wird in nächster Zeit erschwert werden. Auch da sind Sachen in Bewegung. Also, das ist wirklich momentan how the Klemmbaustein West Wars won. Wir erleben hier gerade ein Stück weit Handelsgeschichte in the making. Ja, also Popcorn raus, zugucken, Spaß haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.